Plötzlich sprintet vor den Beamten ein schwarzer Sportwagen los. Dennis hängt sich an den mehr als 470 PS starken Mercedes dran. Also eilig hat er es, da sind wir uns wohl eilig. Und das Schöne ist ja hier auch, man sieht ja, in der Innenstadt schnell fahren kann schnell mal lebensgefährlich werden, weil der geneigte Bürger einfach mal quer über die Straße rennt. Schließlich haben Fußgänger keine Knautschzone. 457 sind letztes Jahr in Deutschland zu Tode gekommen. Geschwindigkeitsverstöße ahndet die Polizei deshalb rigoros. Rechts überholen. Die Manöver des AMG Mercedes sind brandgefährlich. Dennis bleibt dran, notfalls auch über den Standstreifen. Der Raser weit vor ihm ignoriert jegliche Regeln und Tempolimits. Noch reicht die Messung nicht aus, um den Führerschein des PS Rowdies zu kassieren. Wir haben jetzt gerade mit 80 kmh, ist ja hier zugelassen gewesen, bis zum 100 Schild. Und dann ist er ja bei 133 haben wir uns gemessen mit Abzügen. Bedinger ist bei, ja, down about bei 43 zu viel sein. Gucken wir gleich nochmal in Ruhe nach. Wollen wir jetzt nicht gerade. Also anhalten, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Jetzt haben wir 100 hier. Der Fahrer beschleunigt auf fast 180 Sachen. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es allerdings auch spannend, wie wir ihn anhalten. Ist dieser PS-Protz überhaupt zu stoppen? Der Verkehr auf der Autobahn wird immer dichter. Das war dafür wahrscheinlich. Ja. Schönes Denken. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir ihn am besten jetzt gleich mitnehmen. Die Cops wollen den Raser mit ihrem getunten Dienstwagen jetzt überholen. Spätestens in diesem Moment muss ihm klar sein, dass er es mit der Polizei zu tun hat. Kontrolliert eskortieren ihn die Beamten zum nächsten Rastplatz. Oft ergreifen Ertappte auf der Autobahn in solchen Situationen die Flucht. Wie wird dieser Fahrer reagieren? Moin. Wir sind von der Hamburger Polizei. Ich hätte ganz gerne von Ihnen Führerschein, Fahrzeugschein und dann auch. Das ist ein Ausweis. Die Grunde ist anhalten. Sie haben es schon richtig erkannt. Das ist ein Videofahrzeug der Polizei Hamburg. Wir sind schon eine Weile an Ihnen dran. Sie sind relativ zügig unterwegs. Das ist schon im Hamburger Stadtgebiet. Da waren wir schon hinter Ihnen. Gewehrt? Ja, ja. Sind es schon eine Weile. Auf jeden Fall auch in dem Bereich, wir haben einmal 80, da waren Sie zu schnell. Dann haben wir in dem Bereich 100, da waren Sie deutlich zu schnell. Das könnte durchaus möglich sein, genau. Wir kommen dann gleich wieder zu Ihnen. Ich nehme das erst mal auf. Ein 100.000-Euro-Auto und dann dieser Fahrer. Das passt für die Polizei nicht wirklich zusammen. Die Routineabfrage bringt zu Tage, die Akte des Mannes ist mit Vergehen von A bis Z prall gefüllt. Lag gegen den Kollegen schon was vor? Wenn wir Kfz weglassen, dann alles, ja. Das passt. Also wirklich alles, genau. Es ist natürlich immer erstaunlicher, dass man in so einem Auto hier durch die Gegend fährt. Fragt sich, wie lange noch. Dem Fahrer dämmert das auch langsam. Das sagte ich ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist aber definitiv, sind wir im Fahrverbotsbereich. Ja, kommen Sie bitte nach Hause und schlafen Sie ein bisschen. Scheinbar unbeeindruckt setzt der Mercedes-Fahrer seine Fahrt fort. Bevor es weitergeht, kontrollieren die Beamten ihre Aufnahmen. Die Faktenlage ist erdrückend. Jetzt konnten wir sehen, dass wir in der Spitze mit unserem Fahrzeug bei fast 180 kmh bei erlaubten 100 waren. Und er hat sich noch entfernt von uns, sodass wir tatsächlich sagen können, das war ein guter Sachverhalt. Auf den Herren warten ca. drei Monate Fahrverbot, ein saftiges Bußgeld. Wir werden hier vermutlich auch den Vorsatz mit anbringen. Das würde heißen, dass das Bußgeld verdoppelt wird. Und dann ist er bei weit über 1000 Euro, denke ich, Bußgeld plus drei Monate Fahrverbot. Ich denke, das war schon nicht schlecht. Die A12 zwischen Berlin und Frankfurt-Oder. Äußerlich ein unscheinbarer Mercedes-Sprinter. Doch innen sind verschiedene Kameras angebracht. Damit kann man sogar in die Führerhäuser von LKWs filmen. An Bord die beiden Beamten Ralf Rieck und Werner Weinhage. Gut, 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 weiter. Jetzt fahren wir nochmal ein Stück auf seine Höhe. Sie haben einen in die Jahre gekommenen LKW im Visier. Einfach mal Kontrolle, Sozialverschriften, Ladungssicherung. Dann gucken wir uns mal an, ob das alles im grünen Bereich ist, was er hier transportiert. Ob er seine Lenk- und Ruhezeiten eingehalten hat. Der Lastwagen kommt aus Polen. Die Polizisten lotsen den Fahrer zum nächsten Parkplatz. Die beiden Beamten haben den Verdacht, dass der betagte LKW nicht mehr im besten technischen Zustand ist. Die Kontrolle hier, was tut nichts. Machen wir hinten ein Wusch. Wollen wir gucken, ob die Ladung ordentlich gesichert ist, die er transportiert. Und dann machen wir nochmal einen Rundgang um den Trailer. Denn der hat auch schon seine Kilometer auf dem Buckel. Ob da alles in technisch einwandfreien Zustand ist. Der LKW-Anhänger ist vollgepackt bis unters Dach. Beladen mit Papier. Guck mal, hier biegt es doch schon. Hier tut es doch schon die Planke rausdrücken. Da musst du oben... Da habe ich ein Problem. Da musst du oben auf Euro-Palette legen. Ich habe keine Paletten. Ja, dann... Ha, ja. Du, Kittowca, ich nicht. Nicht mal an die Rutschmatte. Ja. Die Ladung ist nicht ausreichend gesichert. Das Leben ist beschissen und so kurz wie eine Hinnerleiter, aber du musst was machen. Komm. Dann gucken wir uns das mal an. Das will mir nicht gefallen. Duhst du? Entweder... Aber ich habe keine Paletten. Dann musst du dir Paletten besorgen, wenn du fahren willst. Kumpel. Hast du Passa? Ile Passa? Zeig mir deine Passa mal. Ja, Ile Mann? Ja, ja, Ile Mann. No, du schon mal. Ja, zeig mir, zeig mir. Du, Mann, Passa. Ja, komm, lass mich mal. Aber Kampagne, Kampagne, no Pass, bo... Gott, 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 Gott. Guck mal, zeig mir mal die Passa. Hast du überhaupt welche? Passa sind Spanngurte. Der Fahrer hat welche. Aber was für welche? Schlott. Eingerissen. Das ist ein Schrottlager. Die kann er alle wegschmeißen. Die Gurte sind vermutlich genauso alt wie der ganze Auflieger. Polnisches Kennzeichen, aber bis 2011 war das der Trailer in Deutschland. Denn er hat hier die technische Kontrollmarke gekriegt. Also die Technik, da war bis 2011 war er in Deutschland. Und man sieht auch, dass er schon seine Jahre gelebt hat. Wenn man hier sieht, hier, Frost, Frost. Er hat sein Leben schon gelebt. Er ist in Deutschland schon achtmal um die Erde gefahren. Jetzt fährt er in Polen noch sechsmal um die Erde und dann geht er nach Litauen. Und wenn er Litauen überlebt hat, geht er nach Afrika. Aber nur, wenn er auch die heutige Kontrolle überlebt. Werner Weinhage seit 29 Jahren bei der Polizei weiß, wo er nachschauen muss. Ach du Scheiße. Hier, der Achselocker. Sagen wir, du hast ein Problem. Kommen Sie mal mit, dann müssen wir auf die andere Seite gehen. Denn da hat der Polizeihauptmeister das Problem gesichtet. Hier, Federbrite. Jetzt haben wir uns den unten angeguckt. Und da habe ich hier gesehen, dass bei der A-Achse die Achse locker ist. Und so kann er die Fahrt nicht fortsetzen. Während der Fahrt kann sich ja die Achse lösen. Und wisst ihr, was passiert? Wenn der Hänger über die Achse fährt, dann können wir, wenn alles schief geht, mit Prototen rechnen. Kannst schon mal mit Jeff telefonieren. Ob er denn weiterfahren kann bis Polen? Ja, nach Polen geht es nicht mehr. Da müsst ihr hier reparieren. Du hast voll beladen. Tonnage ist da drauf. Das kann jetzt. Polizeihauptmeister Werner Weinhage fordert einen Sachverständigen an. Ja, ich habe einen Sattelauflieger, polnisch. Bevor die Experten von der DEKRA kommen, begutachtet der erfahrene Polizeibeamte das Desaster schon einmal aus der Nähe. Z-Achse in Fahrtrichtung rechts. Stoßdämpfer locker. Jo, hab ich. Fangband gerissen, um die Achse abzufangen, wenn sie sich löst. Jo, hab ich. Hast du, hier. Fertig. Das auf der anderen Seite sieht es gut. Nee, das ist auch gerissen. Beide Seiten. Und auf einer Seite fehlt eine Befestigungsschraube, die die Achse hält. Die wäre abmarschiert. Die hätte er nicht mal gehalten. Die wäre quer über der Autobahn marschiert, wenn ich sie verloren hätte. Also, nur gut, dass wir ihn angehalten haben. Wahrscheinlich wird er bei Leuten das Leben gerettet. Das ist Schrott, 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 Schrott. Polizeikommissar Ingo Grune, der ein wenig Polnisch spricht, erklärt dem Fahrer, dass sein LKW erhebliche technische Mängel hat. Und die Folge wäre, so eine Achse geht über die Autobahn. Entweder schmeißt es den Trailer um oder sie macht quer über die Autobahn. Irgendein Pkw, irgendein LKW trifft es noch. Personenschaden vielleicht noch Tote. Also, man kann sich gar nicht ausmalen, was da alles passieren kann. Da kommt was entgegen. Ich möchte nicht in einem Pkw sitzen, wo mir eine Achse vom LKW entgegenkommt. Also, die eitert ganz schlecht wieder raus. Eine gute Tat vollbracht heute. Werner Weinhage will den LKW so nicht weiterfahren lassen. Und so sehen es auch die beiden Mitarbeiter der DEKRA, die in der Zwischenzeit eingetroffen sind. Entweder der LKW wird hier vor Ort repariert oder er muss abgeschleppt werden. Dann haben wir die Anzeige fertigen und der Betroffene macht hier eine Kartenzahlung. Bußgeld und die Kosten für das DEKRA-Gutachten macht zusammen 460 Euro. Für den polnischen Trucker ein halber Monatslohn. Jetzt muss Werner Weinhage noch sicherstellen, dass sich der LKW-Fahrer nicht einfach aus dem Staub macht, sobald die Beamten abgerückt sind. Wir werden die Papiere an uns nehmen, werden sie auf der Wache in Fürstenwalde deponieren. Und dort kann er dann anrufen und dann kriegt er seine Papiere wieder. Und zum Schluss noch einmal eine klare Ansage. Wenn du so weiterfährst, dann ist es Vorsatz und dann wird es noch teurer. Die Beamten hoffen, dass der Mann alles verstanden hat und einsichtig ist. Mehr können sie nicht machen. Während die Polizisten weiterziehen, bleibt der Fahrer zurück und muss jetzt auf den Reparaturservice warten. Die A43 bei Münster. Ein Unfallschwerpunkt. Polizeihauptkommissar Hartmut Heider und Polizeioberkommissar Ralf Stork haben in einer Baustelle den nächsten Verkehrssünder entdeckt. Jetzt sehen wir, warum man auf dem linken Fahrstreifen nur mit PKWs fahren darf, die schmaler als 2,10 Meter sind. Weil er jetzt gar keine Chance hat, so richtig an dem LKW vorbeizukommen, ohne sich oder den LKW-Fahrer zu gefährden. Oder gar den Gegenverkehr. Solche Vergehen haben schon Massenkarambolagen zur Folge gehabt. Wenn man das jetzt sieht, er hat rechts 15 Zentimeter und links vielleicht 10 Zentimeter Platz. Da braucht nur eine Schwenkbewegung von dem LKW-Fahrer kommen. Dann fährt er hier in die kleinen Schutzplanken rein oder durchschlägt die sogar, wenn wir Pech haben. Aber der Fahrer fährt unverdrossen weiter und setzt an, den nächsten LKW zu überholen. Er ist also wirklich darauf angewiesen, dass der LKW-Fahrer ganz rechts auf seinem Fahrstreifen bleibt. Weil ansonsten wird er ja auf jeden Fall nach links gedrückt. Heid, ich würde sagen, den halten wir mal an. Nicht zuletzt, weil der Transporter auch deutlich zu schnell in der Baustelle mit Tempolimit 60 unterwegs ist. Also runter von der Autobahn und rauf auf einen Parkplatz. Der Grund, warum wir Sie anhalten, zweierlei Sachen. Ja. Die eine Sache ist die Geschwindigkeit. Sie waren ein bisschen schnell in der Baustelle, 60 war da. Ich war 80. Ja, wir haben zwei Messungen gemacht, eine mit 90 und eine mit 94. Und der zweite Grund, warum ich Sie angehalten habe, da würde ich Sie mal bitten auszusteigen. Ich bin 80 Kilometer, also 20 mehr. Nee, 90 sind Sie gefahren, 30 mehr. Und der zweite Grund, warum wir Sie angehalten haben, den zeige ich Ihnen mal eben am Video. Kommen Sie mal mit. Polizei-Oberkommissar Ralf Stark zeigt dem Fahrer das Beweisvideo. Anschauungsunterricht. Haben Sie gesehen, dass Anfang der Baustelle stehen Schilder? 60. 60 und dass man links nur mit 2,10 Meter fahren darf, Breite. Und Ihr Fahrzeug ist 2,25 Meter ohne Spiegel. Haben Sie das gemerkt, wie eng das war, als Sie neben dem Lkw fahren? Da haben Sie auch ein bisschen Angst gehabt, weil Sie gebremst haben, ne? Und wie knapp Sie da an der Begrenzung zu der anderen Fahrbahn sind. Gucken Sie mal den Abstand, das sind 10, 15 Zentimeter. Wenn der Lkw-Fahrer einmal nur aus Versehen so macht, dann sind Sie auf der anderen Fahrbahn. Dann durchbrechen Sie da die Planke. Ja, ja, das ist eng. Das ist echt knapp. Dass Sie schneller gefahren sind, sehen Sie gleich. Aber Sie haben gesehen, dass das sehr knapp ist. Das ist sehr gefährlich. Sie dürfen nicht links fahren mit Ihrem Auto. Sie müssen gucken, wie schnell Sie fahren. Und da ist immer noch 60. Ja. Das geht nicht. Okay? Da gibt es eine kleine Anzeige. Dass der Fahrer verbotenerweise links gefahren ist, ahnten die Beamten nicht. Sonst wären noch 20 Euro mehr fällig. Sie bauen vielmehr darauf, dass der Anschauungsunterricht mittels Video bei dem Mann ein Umdenken auslöst. So, Papiere gibt's zurück. In ca. 4 Wochen gibt's eine Anzeige. Steht da drin, dass Sie zu schnell gefahren sind. Wird kosten zwischen 80 und 100 Euro. Sie müssen langsamer fahren. Und in Baustellen bleiben Sie rechts hinter dem Lkw. Das ist echt gefährlich. Okay? Ja, richtig. Okay. Okay. Schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön, dass Sie Bescheid sagen. Okay. Tschüss. Bei der Verkehrskontrolle in St. Pauli liegt der Schwerpunkt auf Lkw. Aber die Beamten holen auch andere Fahrzeuge heraus, wenn sie verdächtig wirken. Dem Motorradkopf ist ein roter Sprinter aufgefallen. Ebenfalls mit polnischen Kennzeichen. Sie sind nicht der Wagenbesitzer, stimmt's? Es ist nicht Ihr Auto. Nein, nein. Das Auto gehört einem polnischen Freund. Aha, aha, aha. Bitte kommen Sie mit. Öffnen Sie bitte die Hintertür. Wir waren am Flohmarkt. Ja, auf dem Flohmarkt. Und jetzt will ich zurückfahren. Das ist gewerblich. Wissen Sie das? Das ist gewerblich. Das ist nicht für den privaten Gebrauch. Das ist ein polnisches Auto mit einem ukrainischen Fahrer in Deutschland. Ich glaube, das ist so nicht erlaubt. Der alte Sprinter ist randvoll bis zur Decke mit Gerümpel. Okay, machen Sie wieder zu. Schließen Sie die Tür. Auf den ersten Blick scheint die Lage verwirrend. Sind der Polizei hier vielleicht Hehler oder Schwarzhändler zufällig ins Netz gegangen? Wofür ist das alles? Staubsauger, Waschmaschinen und so weiter. Wofür? Wofür? Zum Verkaufen? Das gehört meinen Eltern. Ich bin nur der Fahrer. Einen Moment bitte. Was ist das? Ein Zwölfer oder was ist das? Das ist zwar nur ein kleiner, aber das ist Elektro. Und die Staubsauger hat er auch. Elektro brauchen wir eine Sondergenehmigung. Ja. Ja. Dacht zumindest. Kommt drauf an, was er damit macht. Ne? Kommt drauf an, was er damit macht. Bei mir hat es ein Staubsauger. Ich glaube, den Einlassung dieses jungen Manns nicht so ganz. Das sieht also eher so aus, als ob die hier irgendwie über einen Sperrmüllhöfen da, sag ich mal, sich bettelnderweise bei den Bürgern, die da ihr Sperrmüll abgeben wollen, dann hinstellen, irgendwas abstauben, das Ganze dann wieder veräußern werden. Also die ganzen Angaben sind, sag ich mal, fragwürdig und das muss jetzt erstmal ein bisschen verifizieren. Dank der besonderen Sprachkenntnisse dieses Beamten. Jürgen-Heinz' Ehefrau ist Polin und aus Liebe zu ihr hat er ihre Sprache gelernt. Im Gespräch erfährt er nun, warum die Passagiere des Roten Sprinters mit so vielen Haushaltsgeräten unterwegs sind. Das ist jetzt einfach Kommunikation, ganz normales, mitmenschliches Miteinander. Man muss ja nicht nur Beamter sein, man kann ja auch Mensch sein. So, und jetzt haben die mir gerade erzählt, wie die Situation in der Ukraine aussieht, dass sie das Ganze, was sie jetzt geladen haben, für das Studium des Sohnes geholt haben, um zu tauschen Geld sozusagen, um sein Studium zu finanzieren. Und man kann ja auch mal so nebenbei ein bisschen mit den Menschen Kontakt aufnehmen. Die Identität des Fahrers ist nun auch geklärt. Es liegt nichts gegen ihn vor. Statt auf Paragrafen zu reiten, entscheiden sich die Beamten für Menschlichkeit. Die ukrainische Familie darf weiterfahren.